Dagmar Belakowitsch von der FPÖ für eine tatsächliche Berichtigung. Herr Kollege Noll, sehr geehrter Herr Universitätsprofessor, Sie haben in Ihrer Rede behauptet, es handele sich bei diesem E-Mail um eine Weisung. Ich mache Sie darauf aufmerksam, auch für Sie in Ihrer Lehrtätigkeit. Nehmen Sie das bitte mit, es handelt sich hier nicht um eine Weisung bei diesem E-Mail. Des Weiteren, Herr Abgeordneter Noll, haben Sie hier behauptet, Herr Bundesminister Kickl hätte den Herrn Griedling suspendiert. Das ist unrichtig. Herr Griedling wurde von der weisungsfreien Disziplinarkonferenz suspendiert. Und im Übrigen haben wir uns in der Präsidialkonferenz auch einmal darauf geeinigt, nicht auf die Körpergröße von anderen Abgeordneten oder Ministern hinzupecken. Danke. So Dagmar Belakowitsch von der FPÖ in einer tatsächlichen Berichtigung. An Ihren Vorredner Alfred Noll von der Liste Pilz.